Der Torrens TD402DD ist ein echter Premium-Platten-Spieler mit Direktantrieb und einer vollständigen Ausstattung. So ist er sofort nach dem Auspacken spielfähig und dem hochwertigen Musikgenuss steht nichts im Weg. Der neu entwickelte Direktantrieb SuperSilent Direct Drive bedeutet schnelles Anlaufen und Anhalten sowie einen äußerst stabilen Gleichlauf. Um dem Anspruch an bestmögliche Wiedergabequalität gerecht zu werden, wurde der Torrens TD402DD mit dem hochwertigen Carbon-Tonarm TP72 ausgestattet. Als Tonabnehmer kommt der VM95E von Audio-Technica zum Einsatz. Dessen Abtastnadel mit elliptischem Schliff kann später jederzeit einfach durch eine andere Nadel der VM95-Serie ausgetauscht werden. Der Tonabnehmer ist in einer abnehmbaren Headshell montiert, das erleichtert Wartung und Austausch der Nadel. Der TD402DD verfügt über eine automatische Start- und Stopp-Funktion, die aber auch durch einen einfachen Tastendruck deaktiviert werden kann. Ein integrierter Phono-Vorverstärker erlaubt den einfachen Anschluss an alle Verstärker oder Aktivlautsprecher. Das stabile MDF-Chassis des TD402DD ruht auf gummigelagerten Füßen, die Erschütterungen und Vibrationen von ihm fernhalten. Der TD402DD ist mit zwei verschiedenen Zargenoberflächen lieferbar. Beiden gemeinsam ist die massive Deckplatte aus Aluminium. Untertitelung des ZDF für funk, 2017